Wenn die Verhandlung erst beginnt, ist eigentlich schon alles gegessen. Ja, das sagt Matthias M. Fuchs auf eine meiner Fragen, die ich hier mit in den Trailer reingepackt habe. Du kennst die Fragen, du kennst den Fuchs, denn er ist schon mal bei mir gewesen und ich war auch schon mal bei ihm in der Magdominanz-Show. Grund genug für mich, mal ein wenig auf den Zahn zu fühlen und zu schauen, wie weit er sich entwickelt hat. Was dich erwarten könnte, erfährst du im Trailer des BRM-Podcasts besser. Verhandeln. Dann heiße ich hier Matthias Fuchs, zum zweiten Mal bei mir willkommen und ich würde gern von dir wissen. Matthias, was verbindest du mit Verhandlung und wieso genau sollte man dir zuhören? Ja, Verhandlung ist ein ganz spannendes Thema. Da bist du wirklich der Pro. Ich bin da ja immer noch dein Schüler. Aber gleichzeitig ist es so, dass ich kaum noch verhandle oder wenn die Verhandlung erst beginnt, ist eigentlich schon alles gegessen. Wieso sollte man dir zuhören? Wieso sollte man mir zuhören? Die Antwort ist sehr, sehr einfach. Ich drehe Gedankenbahnen so, dass du Nutzenprogramme für dein Unternehmen installierst. Ich bin der Fokus-Mentor und Teil von die Magdominanz. Das kennen wir, denn schließlich bin ich auch schon bei euch gewesen. Und wie spannend es heute mit einem Teil oder einem Drittel der Marktdominanz, wenn das denn mal reicht, werden wird, das erfährst du demnächst hier im Blick über die Tischkante mit mir und Matthias Fuchs. Bis zum nächsten Mal.